hallo und herzlich willkommen hier zweite folge hier hier thüringen ja jetzt geht es hier zurück zum punkt wo wir aufhören mussten wegen bevor kiste leer ist hat mir gedacht haben wir selber hin und her neu das können wir hier noch nicht ein autoreif wenn es angefahren ist dann ja alle anderen können es nicht hier ist der kurs ein bisschen zick zack guckt da was aus war er eben erkannt und jetzt fährt er daneben in der ersten runde bin ich mir ganz ehren dabei dann sucht er denn die frucht nicht mal an das zweite ist auch unterwegs habe ich meine das weiß ich jetzt aber nicht genau wird ja alle beide kommunizieren miteinander nehmen wir an mal gucken was der andere macht der hat ein problem ich auch warum kann ich jetzt immer den motor anmachen ne mal gucken mal ich habe nun den kurs ein bisschen zu weit nach vorne geholt beziehungsweise ich muss ihm mal kurz kurz helfen mal gucken ob nächstes mal besser klappt wenn ich und Close habe aber dann ungünstig auf Dauer ne ich hätte so ein bisschen anders gewünscht da geht es auch durch Oh, das muss man vielleicht auch mal sehen. Mein Part ist eher um das Ziel zu kommen, da sind wir ja auch bei Wolfs. Auf Dauer gucken, dass alles hier funktioniert. Ja, schon wieder Freda, ne? Schönen Freitag. Ja, drei Tage sind vorbei. Dann müssen wir einen anderen Tag. So. Platz schaffen. Ich muss nochmal durchschalten. Das funktioniert, ne? Okay. Wir fahren mal jetzt mit, weil wir sehen, woanders Probleme bringen könnte. Wer ist der Spur 1? Und der andere Spur 2? Mal sehen. Hm. Je größer die Felder, umso weniger Probleme machen die beim Fahren. Heute ist er. Längerfristig gesehen werde ich einige Felder zusammenlegen. Beispiel hier mit der Wiese zusammen, dass gerade gekalb ist. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. was die Kühe machen. Im Menü. Das sind so Felder. Hier gibt es eine Straße quer. aber leider keine hier runter also hier wäre es nicht problem hier wird man praktisch fahren können auch noch wieder raus aber die ecke ist ungünstig weil hier für eine straße oder hier in der straße hier oben sind kreuzungen aber da kommen wir nicht hin und die 33 oder ist auch perfekt wenn wir zusammenlegen da geht es auch da kommen die kühe habe ich für mich gehen keine milch aber vor da haben sie verbraucht und sie rechnen knappe was 60.000 drin gewesen gesundheit ist mehr gestiegen um zehn prozent und da das gleiche jemand geben sie auch mich hat deine wega schon ein bisschen geld eingebracht glaubt man nicht oder 1360 das jeden tag kommt na ja wir haben das klappt jetzt stundenweise glaube ich das ist noch ein kurs drinnen die kann man immer löschen das ist ein anderer traktor aber hier brauchst du starke traktoren und hat kein zweck ich bin richtig müde das achte schwäche ja morgen morgen ist sonntag ja und dann heißt es wieder montag früh aufstehen halb vier zum glück ist die erste woche das ist eine kurze woche weiter ist hier noch ein freier feiertag ja was ich kann denken morgen ist noch sonntag jetzt wo ich mich daran gewöhnt habe und auszuschlafen und länger zu schlafen bei allen dingen heute das erste mal mit halb neun geschlafen bei allen dingen da bist du um drei war ich brach ansonsten hätte ich gepennt das merkst du sofort wenn du ausschlafen kannst also wer hier selber fährt langsam reinfahren der rollt wie sau wenn ich den noch nebenbei macht grasballen pressen kann ich gar nebenbei machen wenn das hier läuft was auch eine große entfernung ist vielleicht machbar oder sinnvoll wenn man zwei taktoren hat die spuren aber ich lasse es mal sein dieser der gewissen probleme wenn gerade ist ziemlich klein war zu klein ich könnte ihm theoretisch vorne wissen bei der dichter ranhunger oder eine silo verkaufen und dafür hinten verschieben oder neu kaufen ne hier geht was ruhig vor dem wein was normaler so macht noch stück für stück ich weiß nicht wieso der andere vorhin so da hinten hingefahren ist ich möchte ihn mal prüfen an einem anderen fahrzeug man sieht die große oder so nicht also der macht keine probleme Denke ich auch nicht. Eigentlich. So. Dann ausschieben. Ne? Wollen wir das einigen? Das ist irritierend. Von dem bei wirst du es verdichten, ne? Oh. Gut. Der eine fährt mit Mais. Der eine fährt hin. Der eine wartet. Die werden wir einfach mal reinwerfen. Aber ich sehe schon, dass die BGH zu wenig ist. Der eine fährt hin. 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 auch ein bisschen leichter mit der rampe wir können locker noch ein bisschen mehr gülle dazu kommen also für das machen wir die kühle mal das war auch nice hier ist grassilage, leider haben wir schon zu wenig es gibt jetzt wieder ein früger neues material im grassilabel, vor allem machen wir noch ein paar wir haben noch bei aber was jetzt auch ein fahrzeug steht schon aber nicht blockierend mit ballen kriegst du richtig viel rauf wenn du richtig packst aber jetzt wird er vielleicht nicht ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mal gucken, wie er ausfährt Aber sie das mal wieder festfährt Vielleicht muss ich auf längere Sicht Taktoren haben, die besser wenden können Da sind diese Die beide Achsen knicken können Ob der es kann? Ich glaube schon Warte, wir sind wenig PS Aber der fällt gut raus, das klappt Das ist perfekt Nicht 100%, aber perfekt Größte Dinge müssen automatisch laufen können Dazu zählt Die Ernte Also ich bediene jetzt mal eine BGH Die andere BGH wird noch nach dem Bunker noch links liegen Weil Bin mir nicht ganz sicher, ob wir das Alles jetzt Materialien, die sie schaffen können Ich glaube eher nicht Aber wir sind immer so gut Guck mal, die Dachrinne Oh Lachs Lachs Mal gucken Wie da jetzt drin ist Die Mais-Silage ist gut gefüllt Und Ein paar Lobsoballen noch rein Beziehungsweise wird hier noch so rumliegt Ich darf die Mais-Silage voll sein Noch einmal kräftig Gras-Silage Mal sehen Probe Ja, das reicht Dass sie dann arbeiten kann Ohne, dass es ein Problem gibt Ich bin noch nicht da Na, da hat die haben beide Wege Also das ist Der zweite ist gerade bei Und geht voll toll gemacht Das ist Das ist Unnormal Das kann noch Wiesen dauern So Großes Feld Aber auch nicht Wird keine Rosenmengen Ergeben Das sieht gut aus Normalerweise Normalerweise Möchte die BGH nur Frühwarn und Abends verdienen Normalerweise Das geht nicht gut Das geht nicht gut Ich möchte, dass sie umfallen Die anderen Runterfallen Das kann passieren Ich habe zwei schon mal riskant Langsam fahren Der unteren drei ist keine Gefahr Oh, schon wieder Zeit Wahnsinn Plupp Ah, perfekt Fast, fast, fast Das geht nicht Also Es juckt Die Gabel leer Willkommen Gut Zumindest haben die Ahn Weil ich Danke Bye Und Er misst noch Vier Stunden Wenn alle zusammen sind Dann ist es Und er braucht Er insgesamt weniger Aber wenn er voll Ist er voll Oh, die müssen weggeräumen Weggeräumen Ja, sonst Gut Da sind die Ballen auch drin Das scheint zu laufen Scheint Soll ich oder soll es schon Vorher gewesen sein Ich sage mal Schönen Dank Fürs Reitschauen Ja, ciao Ja, morgen geht es Weiter hier In Thüringen Maisernte Tschüss